Emotionen, Respekt, Leidenschaft. Ein Sport, der nicht nur von seinen Kräftemessen lebt, sondern auch Menschen verbindet. Die Tauzi-Weltmeisterschaft kommt erstmals nach Deutschland. Im September 2024 werden in Mannheim neue Geschichten geschrieben. Und du kannst dabei sein. Tauzien in Mannheim. Tauzien in Deutschland. Die ganze Welt wird auf uns schauen. Wir sind bereit. Gemeinsam wollen wir an einen Strang ziehen. Voller Emotionen, Respekt und Leidenschaft. Deutsche Tauzien-Geschichte. Wir mit euch. Mannheim 2024.